Wie wäre es denn Summertime so schön, so malzmäßig? Es ist halt auch Sommer, irgendwie. So malzmäßig. Probier einfach, zeig dir was an, machen wir's. Okay, wir haben uns für Summertime. So gleich in vier, so schön. Aber welche Tonart, wie wäre es? Tonart ist mir egal. Was haben wir jetzt? Ich mag ja G-Moll gerne, finde ich super. G-Moll? G-Moll ist gut? Ja, auch G-Moll? Kannst du vor uns sechs? Achso. Ich nehme auch ein G-Moll. Okay, Summertime. One, two, one, two. Okay, Summertime. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020